Auch dieses Jahr fand wieder der traditionelle Christkindl-Tag im Palais Dorotheum in der Dorothea-Gasse in Wien statt. Als besonderes weihnachtliches Highlight war Sandra Pires live zu sehen und zu hören. Happy to say, we're happy tonight, walking in a window on the lake. Time to go, 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 time to go. As we won the lake away in the manger, no grief on his bed. The letter of Lord Jesus laid down his way there. Und Sandra Pires hatte etwas ganz Besonderes für die Besucher vorbereitet. Sie stand nämlich das erste Mal gemeinsam mit Töchterchen Lea auf der Bühne. Einigkeit herrschte an diesem Nachmittag auch darüber, dass Weihnachten die schönste Zeit des Jahres ist. Nämlich the most wonderful time of the year. All the time of the year. Untertitelung des ZDF, 2020